Yoga-Meditationspraktiken mögen bis zur Erleuchtung führen, weil Erleuchten immer eine Art Genießens-Ausschüttung ist dafür, dass etwas, was von den körperlichen Aktionen erwünscht wird, erfüllt zu werden, belobigt wird dadurch, ein Genießen also, aber das hat mit Aufwachen nichts zu tun. Meditationspraxisen, Meditationspraktiken stellen sozusagen das Interface zwischen dem Beobachtenden und selbstvermeintlich Wollenden Bewusstsein oder Ich oder Beobachter und dem abgespaltenen Körper her machen einen Body-Scan und dienen somit lediglich dem Vergessen, dem Funktionieren, dem Quittieren der Selbstreorganisationsprozesse eines funktionierenden Körpers, aber sie können als Ausgangspunkt von atraktischer Entspannung und Angstüberwindungstechnik hergenommen werden, um in die andere Ebene zu gelangen, auf Diers. Schließlich einzig ankommt.